Das Spiel kostet 1,99 Euro, gibt es nur für die PS4. 4x Platin möglich, wenn euch das Ganze noch in Asien, Japan und US-Dor kauft Dauer der Platin hier roundabout 6 Minuten, 24 Trophäen gibt es wie immer bei dem Ganzen. Für die Platin müssen wir hier Schiffe abschießen, die hier aus dem Wasser rauskommen. Mit dem X-Button können wir schießen, mit dem linken Analogstick zielen. Die Schiffe kommen wie immer in verschiedenen Farben. Wir müssen von jeder Farbe 30 eliminieren, außer von der Farbe Rosa. Da müssen es lediglich nur 20 sein. Und wenn ich mir das so ansehe, kommt mir das irgendwie ein bisschen bekannt vor. Als hätten wir sowas schon mal in der Richtung gehabt, aber von jemand anderem. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber mir kommt es extrem bekannt vor. Und ich könnte schwören, T-Games hat mal ein Spiel rausgebracht. Ich glaube, Gallery, irgendwas auch mit Gallery. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich habe eben, Moment. Eben habe ich es noch gehabt irgendwo. Wo ist es hin? Gallery Gunner. Genau. Daran erinnert es mich ein klein wenig. So ein bisschen. So ein bisschen. Also ich will jetzt hier keinem unterstellen, dass hier was kopiert ist. Um Gottes Willen. Nicht falsch verstehen. Ja, wie dem auch sei. Easy peasy Platin. 100%. Und damit verabschiede ich mich schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Und Servus. Bis zum nächsten Mal.